So, hier, ich glaube jetzt hat's geklappt. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, wie geht's? Alhamdulillah, und dir? Hey Cousin, ich hab gerade Barelo gesagt, du bist mein Cousin, keiner schießt gegen dich. Barelo? Ja? Komm mal Bruder, ich sag dir das jetzt einmal. Ich bin nur für dich leiden gekommen, ich komm nicht mehr live. Latsibbo, Amar, latsibbo. Für mich bist du leiden gekommen? Warte ist Auto, ich bin nur reinkommen, die was zu sagen, ich geh nicht mehr live. Hast du gesehen, ich hab mit live nichts mehr zu tun. Guck mal Bruder, lass mich aus deinen komischen Spielen raus, sonst aufweige ich dich das nächste Mal, wenn ich dich seh. Und wir sehen uns, das weißt du. Du mich? Du mich? Deine Filme bei mir zu machen. Aber ich schwöre auf meine Kinder, egal wer mit dir ist, ich aufweige dich auf Barelo. Auf meine Kinder schwöre ich, lass es gut sein. Ich schicke böse Mann vor, ich tue selber nichts. Mach besser deine Spiele nicht, ich hab für dich auf meine Kinder geschworen, egal wer neben dir steht. Lass es einfach sein und lass mich aus deiner Spielerei raus. Wallah, schieß nicht gegen meinen Cousin, Bruder. Lass mich aus deiner Spielerei raus. Du weißt, egal wer neben dir steht, ich halte mein Wort, lass gut sein. Lass mich aus deine Spiele raus. Komm von Anruf eins gegen eins, such dich. Wallah, ich störe aufs Koran. Für deine Art, spätestens vor Wochen sehen wir uns doch. Egal welche Familie, egal wer neben dir steht. Guck, ich rede nicht viel. Aber Cousin, wenn ich hinter denen stehe, du machst wegen mir nichts. Amar, Bruder, Amar. Jetzt mach deine Klicks, mach deine lustigen Show. Aber du wirst sehen, wenn ich vor dich stehe, wie viel Witz du noch hast. Egal wer neben dir steht. Es braucht mich auch nicht Anruf oder irgendwie Anrufe. Egal wer mich anruft. Auch nicht Bilal Gold, egal wer mich anruft. Guck. Auch nicht Bilal Gold, Junge. Wallah, soll ich ein Name sagen, wenn ich ihn rufe? Bei Allah, du zitterst. Okay, guck. Ich bin nur dafür reingekommen, aber guck. Ah, du zitterst du bisschen, ne? Ich weiß nicht die Namen nicht anrufen, ne? Ich weiß nicht die Namen nicht anrufen, ne? Ich weiß nicht die Namen nicht anrufen, ne? Ich verspreche dir das. Ich verspreche dir das. Bis jetzt konnten die Leute mit Telefonate alles regeln, aber es gibt Leute, die telefonieren nicht. So wie ich, ich telefoniere nicht. Nein, nein, wir gehen live. Ich bin nur gekommen, um dir das einmal in dein Ohr zu legen, aber du musst ja deine Faxe machen. Kein Problem. Nach dieses Gespräch keine Anrufe, kein Salamu alaikum, kein Heir, keine Tische. Barello, euer Aufsammes, Barello. Okay, wir haben gecheckt. Du hast so Gold, Barello, versprochen. Für dich als Geschenk von mir, okay? Warte, 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 warte. Warte, warte. Du hast jetzt was zu berichten, Webcheck. Nein, das klären wir doch. Reden, reden, reden. Arrogante Macht hoch und macht runter, die Regierung. Mach Mut. Assalamu alaikum, Memo. Ja, rede doch.